...so oft schon erschrocken da, deswegen, ja? Nee, nee, nee. So, der Schneegler weg. Dann müsstest du dort unten sein, ne? Oh, ich hab dich wieder mit dem Atlas ausgetauscht, ich probiere. Ja, ganz genau, du müsstest ja dann direkterweise mal hier unten sein. Am Fuße des Bergs. Oh, ich soll da auch essen. Oh, dran denken. Da seh ich mir noch ein Brot zwischen die Kiemen haue. Oder auch zwei. Okay, okay. Bloß aufpassen, dass ich hier nicht tatsächlich nur down gehe und mir der Atlas abhanden kommt. Gut, du müsstest dann da vorne, da muss das gewesen sein, stimmt. Und jetzt kommt mir das wieder ein bisschen was bekannter vor mit dem Hans-Reiner hier. Mal gucken, ob er denn noch da ist. Der alte Schlingel. Da bin ich ja echt mal gespannt, ob der sich noch hier auffällt. Oh, da schreckst du auch selbst bei Kühen manchmal, ja? Die so um die Ecke lunzen. Ja, da unten, da ist er noch. Das muss er doch sein. Oh, und du bist schwarz. Du alter Lümbi. Das hat man vorher auch nicht gesehen, gemerkt gehabt. Nun gut, ich glaube, die Schäfchen, die werden hier eh schwarz dargestellt, oder? Nee, nee, nee. Ich glaube nicht alle. Ich glaube nicht alle. So, Hans-Reiner, komm mal mit. Komm mal mit. Heißt du überhaupt noch Hans-Reiner? Ja, du heißt noch. Oh, cool. Das ist also auch texturpaketabhängig, wie denn der Name dargestellt wird. Das ist ja nicht verkehrt. Und du hast ganz komische Haare auf dem Kopf. Irgendwie kann man da durchblicken. Da sieht man deine Platte. Deine, ja. Deine Schädeldecke. So, dann komm mal mit. Wir müssen erst mal nach Hause. Ich muss mal gucken, wo es denn hier nach Haus geht. Da sind wir ja direkt mal dicht dran. Na, vielleicht schon. Wir müssen erst mal durch den tiefensteren Wald hier noch quer durchlatschen. Dann komm mal mit, alter Schlinge. Wir müssen die Richtung dran. Ah, ich hab das Wied wieder außer Hand genommen. So kommst du. Da kommt die Kuh auch gleich mit, wenn ich mir der zu dicht nähere. Komm mal, komm. Mal den Titel noch ein bisschen was leiser. Ein leiser stellen. Derweil, ja. Jetzt haben wir auch noch eine Kuh im Schlepptau. Ah, dann kommst du wieder mit nach Haus. Du alter Schlingel. Ja, du Kuh, dass du das willst, das weiß ich. Das weiß ich ja. Aber so viel Tierchen wollte ich eigentlich gar nicht aufnehmen. Was ist hier los? Wenn ihr mir die Monster vom Hals haltet, während ich hier ein bisschen was mit Hans-Reiner durch die Gegend stiefel, dann ist das ja prima. Aber, ob ich euch alle einfärche, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, wie ich das hinterher sehen soll. Das werden ja immer mehr dann eben hier, ne? So, lass mir mal eben nochmal gucken. Ja, ich bin prima hier quer durch den Wald auf dem Weg da raus. So, komm du mal wieder mit. Krieg du mal wieder deinen Fokus, Hans-Reiner. Ja, wir werden mal versuchen, so viele Kühe, wie nur geht, irgendwie abzuhängen. Mit dieser Aktion. Ne, da haben wir noch eine im Schlepptau da hinten. So, nun komm man, komm. Hier geht's doch ab nach Haus. Du hast bloß nicht mehr nach Haus gefunden, du alter Sack. Hast dir auch so einen Staub, ohne was zu sagen. Willst du da irgendwie am Strand an einer schicken Stelle, an einer schicke Stelle hast du ja ausgesucht dafür. Das stimmt schon, das stimmt schon. Aber da willst du dich irgendwie niederlassen. Und dann, wenn dich die, das Heimweh plagt. Oh, was ist denn hier los? Dann, dann findest du nicht mehr nach Hause, du alter Schlinge. So ist das dann. So, komm mal mit, komm mal mit. Wir sind ja hier, denke mal, bald durch, durch den dichten Wald. Durch den Black Forest. Boah, nein, jetzt haben wir die halbe Kuhfamilie hier schon wieder am Hacken. So, hier nochmal hoch. Ne, da kommen wir nicht weiter, Hans-Reiner. Wir müssen einmal hier außen rum. Ein Schaf auch noch. Also ein Weißet. Hans-Reiner ist ja ebenso ein Schaf. So, jetzt einmal hier rüber, Hans-Reiner. Ja, hast du wieder verloren, Fokus. Mann, ey, die ganze Kubanne will ich doch gar nicht mitnehmen hier. Ihr könnt mal alle schön hierbleiben. Komm, haut mal ab. Lass den Hans-Reiner mal durch. Ja, und du auch wieder. Du auch wieder. Komm mal, Hans-Reiner. Ja, und auch gleich wieder die ganze Bande. Das ist doch nicht wahr, ey. So, komm mal runter, komm mal runter, komm mal runter. Meine Hütte, ey. So viele. Bist du denn noch dabei? Ja, du bist noch dabei. Na, lass mich mal raus hier. Und komm mal mit. Mau. Du komm mal, komm. Echt mal so viele. Macht euch mal ein bisschen was auseinander. Dann können die Küchen ruhig hier am Waldrand bleiben. Das stört mir nicht weiter. Bloß ich möchte meinen Gatter da auch nicht voller Kühe hauen. Weil keiner weiß, was man mit denen... Na, obwohl, die geben ja auch Milch. Aber wir haben doch schon so viele Kühe da drinnen. Da drinnen. So, komm mal mit, Hans-Reiner. Mal hier hingehen. Ja, ja, wunderbar. Wunderbar. Den noch rausgepullt. Aus dem Pulk. Der Kühe. Na, guck, ein Herzverdattert da hinten. Und dann kannst du mal hier mitkommen. Alter Schlingel. Dann bist du gleich daheim. Na, nee, du bist jetzt schon daheim. Guck dir an, was hier passiert ist, Hans-Reiner. Das weißt du gar nicht mehr, ne? Da standst du hier nach oben auf dem Hügel auf, den ich hier abgetragen habe. Mit Bömmchen. So, nun komm mal rein. Und dann kannst du das hier ruhig verputzen. Das hast du dir verdient. Zack. Und schon haben wir einen Hans-Reiner zu Hause. Na, ist das nicht prima? Wo war ich dann? Wo mache ich denn das hier mit dem... Ah, auf F1. Okay. Auf F1 war das. Mit dem Menü unten ausblenden. Das wollte ich doch sagen. Gut, gut. Da ist er zu Hause, der Hans-Reiner. Und der sieht ein bisschen was anders aus, ne? Ein bisschen was größer. So kommt der mir vor. Ne. Nun sieht das auch wieder gleich aus. Im Gegensatz zu den anderen roten hier. Ist das überhaupt Hans-Reiner hier? Da ist gar kein Name dran. Ach so. Ja, weil ich das Menü ausgeblendet hatte. Da blendet er ja auch dann eben die Narben aus. Die Namen. Schon wieder Dichte der Kolben. Gibt's doch gar nicht. Gut. Dann mal auf Reisen machen. Ja, ein bisschen was reisen werden wir auch noch. Jetzt erstmal. Aber dazu erstmal die Taschen leeren. Damit wir möglichst viel mitnehmen können. Dafür dann eben. Falls wir da irgendwie was finden unterwegs. Und sollte ich auf Reisen unterbrechen müssen. Ist das ja auch kein Thema. An sich. Per se. So, die Birne, die kann auch hier bleiben. Die lasse ich mal drin. Vielleicht habe ich sogar schon Birnen mit drin. So, was machst du hier? Du latschst doch hier nicht mein... Mein Krautblatt. Komm mal da raus. Du. Kuh. Wie kommst du da überhaupt rein? Wie kommst du da überhaupt rein? Komm mal hier. Naja, du musst da schon rüber springen. Hast du doch jetzt platt gelatscht, Ani. Hast du noch nicht... Komm mal raus da. Du musst bloß springen. Dann kommst du da auch drüber hinweg. Über den Zaun. Oder geht das nicht? Na, warte mal. Dann hole ich dir hier hinten raus. Jetzt hast du da schon was plattgetreten, oder wie? Ach so, hier ist offen. Deswegen kommst du hier rein wahrscheinlich. Aber hier war doch keine Kuh. Na doch da hinten am Wald vielleicht. Vielleicht bist du da auch runtergeplumpst. Muss ich mal gucken. Na, macht mal Platz hier. Hier, Dickchen. So, dann kannst du das haben. Gut. Dann gucken wir uns mal an, ob hier irgendwelcher Schaden entstanden ist auf dem Acker, ja? Da, wo die Kuh hier ihren fetten Arsch rübergewuchtet hat. Hier über den Zaun irgendwo. Ah, nee, nee, nee. Ist doch nicht wahr. Solche frechen Tiere. Der erste Kürbis ist schon wieder reif. So, gut. Die Pumpkin Seeds können auch hier draußen bleiben dann. Die können ebenfalls hier draußen eingebunkert werden. Zack. Da liegen ja sogar schon welche. Nee, das sind nicht die gleichen. Das ist Bidrut. War ich vorhin schon drauf. Das weiß ich ja. Bloß eben nicht mehr ins Gedächtnis geholt gehabt. Gut. Dann kann ja, wenn ich jetzt hier außen fertig bin, da drinnen, da zeugst auch alle draus eigentlich. Ich werde mal die Koje wieder aufstellen. Ich werde mal schnarchen gehen hier eine Runde. Mit solchen halbhohen Scheiben, das geht auch da oben. Würde meinen. Oh, da ist ein Ei da rauf gelandet. Ah, das ist schade. Das ist schade. Passiert aber auch nicht immer, glaube ich. Nicht oft, nicht häufig. Oh, jetzt komme ich da nicht hoch. Warum nicht? Weil hier ein Becken vor ist. Da muss ich wieder auskleiden. Oder ist das schon weg? Nee, kommt doch von außen, glaube ich, auch ran. Ja. Jetzt aber mal pennen gehen mal. Und dann ist das gut. Hm. So, wir werden mal die Eier hier oben noch verwursten. Habe eben bloß mal rauf geguckt auf den Wecker, weil ich nur gewundert habe, der müsste sich doch jetzt... Oh, vier. Das vierte Hühnchen drin. Wie prima. Das ist ja prima. Und du bist noch gar nicht groß hier, du Kleiner. Nee, du bist noch nicht groß. Ah, wie viel wir hier dann im Endeffekt drinne haben werden, das weiß ich gar nicht. Aber ich denke mal, so ein Minimum sechse mache ich. Das reicht doch aus dann. Gibt ja mal regelmäßig Eier. Da kam das nächste Ei schon rausgeploppt. Hat man eben sogar schon gesehen gehabt. Wo das her kam, das Ei? Ah, nee, nee, nee. So, die Kiste da, wollte ich sagen, die können wir ausräumen, weil hier draußen eh nicht mehr viel gebaut wird. Dark Oak Fans, bist du dat? Ja, du bist dat. Dich kann ich ja hier drin lassen noch für einmal ums Zäunen, dann später. Da hinten eine Treppe muss auch noch ran, die von oben nach unten führt. Das wollte ich eh noch fertig basteln. Und außen hinten dann eben die Wand unserer Buze, unserer Berghütte. Da ist bald nichts mehr vom Berg zu sehen. Bei dem Riesenviech, bei dem Riesenkasten, was da so nach und nach draus entstand, ja. Da wollte ich ja auch noch ein Stück Wand dann eben einziehen. Auf der Seite dann hinten dann eben dran. Ich dachte schon, da wäre ein Krieger, aber das ist bloß irgendwelches Gras, irgendwelches Lauch, was da rumsteht. Ansonsten ist hier nichts drin, außer Oakwood. Oakwood und Stone. Der kann mit rein. Du kannst hier bleiben. Du bist ja dann für die Hecke da. Und der Eimer, der kann ebenso hier draußen bleiben. Okay, okay. Du kannst abgerissen werden. Mit reinkommen. Oder dich nehme ich gar mit. Ich würde sagen, auf Reisen dann. Gleich dann eben. Und dann ist das gut, dann ist das gut. So, ich brauche auch Eisen wieder. Das ist mal das ganze Holzgelützeugs abladen. Mal hier hinten gucken, wie er da aussieht. Nicht, dass hier schon wieder was drinnen gespawnt ist. Und mir womöglich überrascht. Beim Ausräumen auf dem Flur ist gerade Krach. Deswegen bin ich auch ein bisschen was perplex, was da wieder los ist draußen. Die Birne, die muss hier rein. Oh, sogar zwei hier schon. Ich weiß nicht, wo du her bist. Dort muss doch ein Birnenbaum gestanden haben. Rein theoretischerweise. Aber so genau kann ich das jetzt gar nicht sagen. Weil der wäre mir doch aufgefallen. Der wäre mir doch aufgefallen. Vielleicht, na irgendwie gedroppt. Ging ja nicht. Da ist ja nichts irgendwie krepiert oder so. So sagt das mal an Monstern oder Tier auf der kleinen Reise, da wo wir den Hans Rainer eben geholt haben. Das war ja da nicht der Fall gewesen. So, Akazja, du siehst da vernünftig aus. Ach du Kacker, jetzt wird es hier knapp drin. Jetzt wird es hier echt knapp drin. Wie machen wir das? Wir machen das. Irgendwie, was muss hier raus? Blank Pattern. Aber was nur, aber was nur? Das ist schwierig. Das ist schwierig. Birch Framed Chest. Wo brauchen wir denn noch Kisten? Später dann nur hier in der Halle. Später dann eben nur hier in der Halle drinnen. So, eine Werkbank. Du kannst da. Nee, du kommst mal mit. Du kannst mal mitkommen. Ich werde mal hier drüben reingucken, wie es da aussieht noch. Aha, aha. Ja, Akazja war ja hier eh nicht drin gewesen. Das stimmt, das stimmt. Dark Oakwood. Die lasse ich mal noch drinnen. Die können wir gut verwursten, weil wir von Dark Oak eh genug haben. Das kann ruhig hier bleiben. Das Brutze. Und ja, die Planks. Die Planks. Die Planks. Die Gott verfluchten Planks. Wo lassen wir euch? Ich krieg noch hier runter. Oh, das wird hier echt alles eng. Das wird hier echt alles eng. Vielleicht sollte ich nochmal umdenken. Vielleicht irgendwo doch eine Kiste aus extra Holz Zeugs machen. Da, wo man eben das drinnen hat. Was eben nicht Planks sind. So sagt das mal. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wie ich das machen soll. Wie ich das anstellen soll. Da muss ich mal gucken. Später dann. zugegebener Zeit. Ansonsten würde ich sagen, lasse ich das erstmal hier drinnen soweit. Also hier im Speziellen die Akazia Slap Dingerns. Die Fackeln können mit. Brot brauche ich noch auf einer Reise. Natürlich doch. Die Steine können hier bleiben. Bleibt ihr hier oder bleibt ihr da? Ne, da ist ja bloß Wool, Clay and Glass drinnen. Ganz genau. Ganz genau. Das Dirt kommt mit. Das Ei. Können wir oben wieder reinflacken? Die Hoh, die kann noch hier bleiben. Und die Schere, die tun. Okay. Darf ihr das Bett draußen mitnehmen? Darf ihr doch das Bett draußen mitnehmen? Guck mal her. Und dann hier nochmal die Eier angucken. Gut. Wie viel waren das? Nur eins war das. Da kommt die Krähe wieder. Hab dich schon vermisst, ey. Gut, da war diesmal niemand drin. Okay, okay, ihr Hühnchen. Ihr werdet ja so langsam. Immer größer. In eurem Becken. Gut. Dann noch mit den Gerätschaften raus. Die Schere, die bleibt hier. Zack. Und hinten dann die Hoh noch rein. Und dann können wir uns auf den Weg machen. Wohin dann nur? Wohin dann nur? Zu einem Dorf? Zu einem Dorf hin? Nochmal dahin gucken, wo eigentlich kein Dorf war. Obwohl eins eingezeichnet gewesen ist. Mal unterirdisch ein bisschen rumbudden. Ne, lasst uns mal an der Oberfläche bleiben für diese Reise. Da nicht unbedingt in den Untergrund gehen. Noch nicht. Das wird später dann erst wieder der Fall sein, wenn irgendwann mal, na wohl Kohleknappheit wird es so schnell nicht geben. Aber Eisen wohl eher dann. Siehst du, Eisen muss ich noch mitnehmen. Das muss ich ja noch mitnehmen. Bisken, was hätte ich zumindest gern noch im Inventory drinne. Und dann gucken wir hier mal ein bisschen mal drum. Oder mache ich jetzt erst noch kurz eine Unterbrechung? Weil jetzt gerade, glaube ich, in fünf Minuten, da wäre dann... Ne, gerade jetzt sogar. Gerade jetzt sogar. Wäre dann wieder Zeit für eine Unterbrechung. Weil jetzt bin ich bei einer Stunde 20 Minuten. Und da könnte ich unterbrechen, mir noch die Nese schneiden. Und dann hier nicht mittendrin irgendwie unterbrechen. Also ich müsste dann nicht irgendwie mittendrin unterbrechen, wenn mein Brudi denn hier irgendwann mal ankommt. Das müsste ich dann nicht tun. Wir sollten wieder Eisen schmelzen vielmehr. Nicht Eis, sondern Eisen. Und mache dann demnächst dann weiter. Ja, das würde ja Funktion auch gehen. Das würde ja ideal prima Funktion auch gehen. Ich werde mir mal zwei hier mit runternehmen. Die können wir ja dann auf Bord liegen haben. Diese Eisenbahnen unten. Und dann ist das auch gegessen hier mit dem Eisen. Zack. Du bist aber laut gerade. Legen muss ich noch ein bisschen mal runterkurbeln. Du T-Day. So, gut. Dann bin ich zumindest erstmal vorbereitet dafür. Dazu. Zu der Reise eben. Schaffeln habe ich genug. Ein Schwert habe ich auch noch parat. Die Axt müsste reichen. Und zur Not habe ich ja dann eben noch hier Eisen. Holz. Und ein Tisch dabei. Und ein Bett habe ich auch da. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ich unterbreche hier mal kurz. Dann bis zur nächsten Aufnahme. Ist ja dann. Ich weiß gar nicht, wo wir gerade sind. So ziemlich die 30. Aufnahme sogar. Bin mir da nicht ganz sicher. Aber so in dem Dreh müsste das dann hinkommen. Okay, dann habt euch wohl. Bis. Ja, wie gesagt. Zur nächsten Aufnahme dann. In zwei Tagen. Vielleicht auch in drei. Muss man gucken, wie das kommt. Wie das liegt dann mit dem Datum wieder. Wir sehen uns doch. Tschüssi.